Hi liebe Leute, ich bin's, Alice. Ja, es ist, heute ich hab Handy kaputt gemacht und dann, ich hab schon Handy auf der Sau geschmissen, das war gar nicht gut. Ja, es ist, Papa hat mich gestimmt und dann, ich hab ein Handy auf draußen geschmissen, erstmal reingeschmissen in den Handy und danach draußen geschmissen und nochmal draußen geschmissen, Leute. Das war überhaupt nicht gut. Hast du verstanden? Gut. Ja, gut. Und dann, ab morgen kriegst man mein neues Handy von Samsung Galaxy S8. Und keine Diskussion. Verstanden, Leute? Ja, verstanden, gut. Ab morgen Samsung Galaxy S8 für mich und keine Diskussion. Und dann, danke fürs Zuschauen, Leute. Und dann, bis zum nächsten Mal wieder. Und dann, tschüss.